In der Demokratie auch aushalten, wenn jemand dummes Zeug labert. Es hat halt... Oder sich in einem Podcast sein Nasenspray reinballert. Tino, was ist denn hier heute schon wieder los? Es ist heute Montag oder Sonntag, irgendwie später. Ich weiß es selbst nicht, ehrlich gesagt. Aber was ich weiß, ist, dass die werten Zuhörer den besten Podcast aller Zeiten niemals hören werden. Ja, es gibt eine verlorene Ausgabe, mal wieder. Wir hatten das schon einmal, dass wir einen Podcast aufgenommen haben, aber der zu gut war, um ihn aufzunehmen. Ja, ja, ja. Es ist echt superreudig, Alter. Es ist superreudig. Hallo, liebe Leute, die ihr den besten Podcast aller Zeiten niemals hören werdet. So werde ich euch in Zukunft immer ansprechen. Ich weiß nicht, was los war. Ich habe eine Aufnahme gestartet. Ich habe nichts gedrückt. Ich war nicht an der Tastatur, ich war nicht an der Maus. Und nach 32 Sekunden hat die Aufnahme einfach aufgehört. Und das ist uns natürlich erst nach ungefähr 45 Minuten aufgefallen. Sehr, sehr geil. Wir sind bemüht, jede Woche noch professioneller zu werden. Und da eure Lieblings-Podcaster einen sehr getakteten Zeitplan haben, haben wir es nicht geschafft, noch mal gestern eine Stunde einfach noch mal aufzunehmen, haben das auf Sonntag gelegt. Es ist gerade Sonntag um 12. Eigentlich müsst ihr den Podcast jetzt hören können, aber heute wird der Sonntag um 12 produziert. Einfach, um mal transparent zu sein für euch. Das Ding ist halt auch einfach, weißt du, wenn man Blumen bekommt, dann ist das doch viel geiler, wenn die überraschend kommen, als wenn die irgendwie angekündigt. Ey, übrigens Muttertag heute. Hey, Mutter, hier Blumen. Ja, fuck off, du Dreckswanst, Alter. Ich wusste, dass das heute passiert. Aber wenn du an einem random Tag mit Blumen ankommst, Alter, das ist doch schön. Das ist das Motto der Deutschen Bahn. Stimmt. Und das Motto des Brennpunkts. In diesem Sinne ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebe Zuhörer, die alles und nichts hier gehört haben, es ist supergeil. Und ganz kurz, ich will nicht aufs Gendern kurz eingehen, aber um die Pulsader bei Herodes noch mal ein bisschen ins Pulsieren zu bringen, über dem Theater in Weimar hängt ein Schild, da steht, jeder von uns, wir sind viele, jeder von uns. Ja. Und zwischen dem E und dem R ist so ein Sternchen. Und hier geht es ja um Menschen, also jede Mensch, jede und jeder Mensch, oder wie? Nee, es geht ja noch mal um dieses extra jede und jeder von uns. Das kann man schon abtrennen. Ja, aber es geht um jeden Menschen. Und der Mensch, der ist egal, wir lassen es. Ich will es nicht zu lang machen. Wir müssen hier aufpassen, wenn unser Podcast in Frankreich ausgestrahlt werden sollte, würden wir Ärger bekommen, denn die Franzosen haben jetzt das Gendern tatsächlich verboten an Schulen und so weiter. Das ist ja schwierig. Und da wir mindestens OneNelf haben, der bei mir manchmal zuschaut, müssen wir wirklich aufpassen. Kommen wir lieber zu den Themen. Und Tino, ich sage mal, wir hatten so geile Überleitungen gestern, wir hatten so geile Themen. Deswegen, ich weiß nicht, ich steige lieber mit einer Sache ein, die ich gestern, weil das ist der Vorteil davon, dass wir jetzt hier verschoben haben. Ich habe noch mehr Themen und ich bin gestern in ein fucking Rabbit Hole eingedrungen. Das war der absolute Wahnsinn. Scheinbar haben das ein paar mitbekommen, ich so gar nicht. Boris Palmer hatte einen Shitstorm. Ja, richtig. Erneut. Ja, aber pass auf. Und dann habe ich das nämlich mir durchgelesen und dann habe ich das zurückverfolgt. Boris Palmer hatte einen Shitstorm, weil so ein Fußballer, Aogo heißt der, Dennis Aogo, einen Shitstorm hatte, weil Jens Lehmann einen Shitstorm hatte. Und das alles innerhalb von wenigen Tagen. Ja, das war ein Shitstorm-Gewitter. Das habe ich auch auf einer Liste, also aufgeschrieben. Der ehemalige Fußballer, also Torwart Jens Lehmann, hat in einer privaten SMS- beziehungsweise WhatsApp-Nachricht das Wort Quoten geschrieben. Also Quoten des N-Wort. Nein, Quoten Schwarzer. Quoten Schwarzer. Echt? Ich dachte, er hat das N-Wort benutzt. Das N-Wort kam woanders. Ach, komm später erst, deine andere Nachricht. Das ist so verwirrend, Alter, wenn das so mehrere Etappen sind. Ich komme bei diesen Shitstorms gar nicht mehr hinterher. Ja, stimmt. Das ist ja auch wie, das ist ja Resonanz-Schwingungen quasi. Ja, wenn der eine Sturm in den anderen geht und dann in den dritten rein, dann ist das ja, dann ist das ja ein Supersturm, Alter. Also er hat quasi Quoten Schwarzer gesagt und auch das N-Wort später hinzugefügt in eine andere Nachricht. Einfach nur weil. Einfach aus Meme-Gründen. Und er hat deswegen jetzt ganz viel Ärger am Hals, hat diesen Dennis Aogo gemeint, den Fußballer. Und das ging in die Öffentlichkeit. Dann gab es einen Shitstorm gegen Jens Lehmann. Dann hat sich Jens entschuldigt bei Dennis, was er auch angenommen hat. Aber das war wohl auch nicht so richtig cool, warum. Und meinte irgendwie, ja, jeder macht mal Fehler und so. Und das haben die anderen Menschen, die nicht davon betroffen sind, schlecht aufgefasst und meinten, Naja, man kann sich zwar entschuldigen für so ein Wort, aber irgendwie ist es, hat er sich nur deswegen entschuldigt, weil es rausgekommen ist. Und das macht es dann irgendwie besser. Ich sage mal ja, dass Jens Lehmann das irgendwie aus Versehen an den Dennis selbst geschickt hat. Das war irgendwie komisch. Da bist du mehr drin als ich in dem Thema. Ich habe es nur so aufgeschrieben. Ja, Alter, ich, wie gesagt, ich habe mich in dieses Rabbit Hole reingewühlt, Alter. Ich dachte, okay, Boris Palmer, was ist da los? Hä, wer ist denn dieser Dennis? Hä, was? Jens Lehmann, den kenne ich doch noch von früher. Der große Torwart, ja. Es ging immer weiter, es hörte nicht auf. Und Jens Lehmann hat jetzt auch seinen Posten im Aufsichtsrat verloren bei Hertha BSC und Verträge bei Sky und so weiter für irgendwelche Moderationsgeschichten oder Kommentationsgeschichten. Und da hat sich Boris Palmer eingemischt, der grün-braune Oberbürgermeister von Tübingen. Moment, Moment, du überspringst hier wichtige Schritte, Tino. Dann klär mich auf. Achtung, Jens Lehmann hat das gesagt, daraufhin hat ja Dennis Aogo irgendwie so ein Statement gemacht und hat gesagt, ja, ich finde, Leute haben eine zweite Chance verdient und ich nehme die Entschuldigung an und es ist halt doof gelaufen, bla bla. Ein Tag später hat Dennis Aogo dann in irgendwie so ein, ich glaube, in einer Live-Sendung als Kommentator gesagt, irgendwas, bla bla bla, wir haben trainiert bis zur Vergasung. So, daraufhin hat der dann auf die Schnauze gekriegt, was, also ich weiß gar nicht, warum das heutzutage genutzt wird. Ich habe das auch in der Oase geschrieben, meine Englischlehrerin hat uns in der fünften Klasse gesagt, dass das halt damals eine ganz normale Phrase war in ihrer Jugend, also auch nach dem Dritten Reich. Und, ähm, das hat zu dem Zeitpunkt eigentlich schon keiner mehr gesagt, den ich kannte. Und, äh, keine Ahnung, warum das jetzt noch so, aber, ach, ja, also der, der wurde jetzt aus, aus seiner Expertenrolle bei Sky auch irgendwie rausgehauen, als, äh, als Profi, bla, irgendwas. Der Dennis auch. Obwohl der einen, einen Tag vorher hat er noch zu Jens Lehmann gesagt, ja, ist halt doof gelaufen, äh, 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 und das, das ist halt, also, es ist natürlich nicht cool, ja, beides nicht, aber, also, gerade Jens Lehmann der ältere Generation ist das, ich, ich habe da halt einfach ein bisschen mehr Verständnis als manch andere vielleicht, weil, wie uns meine Englischlehrerin das halt auch gesagt hat, so, das ist halt ganz normal gewesen, diese Phrase ständig zu sagen. Und, wenn du damit aufwächst, dann ist das für dich auch nochmal. Ja, aber wie lange ist das denn bitte schön her? Also, ich weiß nicht, man kann ja nicht, weil man alt ist, irgendwie steckenbleiben in irgendeiner Entwicklung und nicht mitbekommen, dass man das, das N-Wort nicht mehr sagt oder Quotenschwarzer auch nicht korrekt ist. Das wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt, Tino, bitte, ja, erstens wurde das zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt, zweitens kann ich dazu auch gleich noch was ergänzen. Ich habe nur einfach, selbst wenn man es, das ist halt im Vokabular mehr drin als bei einer Person, die da nicht mit aufwächst, das ist doch so weit verständlich, oder? Ich sage ja nicht, dass es gut ist oder dass man das tolerieren sollte, man sollte die Person vielleicht ermahnen, dass das nicht gerade elegant ist oder so, aber da halt so ein Fass aufzumachen, finde ich einfach etwas übertrieben. Ja, kann man finden, also ich finde schon, dass man solche Sachen irgendwie, dass es Konsequenzen haben muss, ob man ihn jetzt aus allen Verträgen rauswerfen muss, weiß ich nicht, aber nach solchen Aussagen finde ich einen Shitstorm durchaus gerechtfertigt und auch, dass man erstmal sauer auf ihn ist und so, aber dass Menschen gleich alles verlieren, ob das hilft, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite ist es auch ein gutes Exempel, was man statuieren kann, um halt zu zeigen, wir gehen geschlossen vor gegen rassistische Begriffe und mach das mal nicht so, weil hier habt ihr gesehen, der Jens, der hat seinen Job verloren bei Hertha BSC und ist uncool. Kann man auch so sehen. Also ich habe ja, der Jens hat ja Quoten schwarzer gesagt und als ich das, das habe ich damals auch mitbekommen, dass das halt öfter mal gesagt wurde und in dem Kontext, wie ich es mitbekommen habe, war es schon auch eher kritisierend, weißt du, dass man, also nicht, dass ich mich jetzt auch hier ein gefährliches Fahrwasser begebe, bitte cancelt mich, aber dass man eher sagt, hey, du holst ihn jetzt nicht dazu, weil er qualifiziert, naja, nee, nicht, weil er qualifiziert, das klingt schon wieder viel zu asozial, aber weißt du, das ist ja quasi umgedrehter Rassismus, du holst ihn nur dazu, weil er schwarz ist, weißt du wie, so habe ich das halt damals empfunden, als eigentlich Kritik und nicht als, hier, hol mal den nicht dazu, der ist eigentlich scheiße, aber du musst halt, also weißt du, wie ich es meine? Ja, ich habe auch hier noch stehen, als Fragezeichen Kontext, weil ich halt nicht richtig weiß, unter welchem Kontext das Wort gefallen ist, aber ich habe so ein bisschen der Sache vertraut, weil es diesen Shitstorm gab und auch Menschen, die ich ganz, die ich ganz cool finde, auch sich gegen diese Formulierung ausgesprochen haben und dachte, dass der Kontext schon irgendwie gestimmt hat und es zu Recht schlecht formuliert ist, aber du bist da auch mal jetzt mehr drin in dem Fronthole. Ja. Ja, das ist ja auch, also es gibt ja zum Beispiel auch bei Filmen den Trope, dass der Schwarze in Horrorfilmen zuerst stirbt. Ja. So, das gibt es halt auch und das ist ja auch ein Meme, was man anspricht, aber wenn man das anspricht, ist es ja eher Kritik daran, als dass man in irgendeiner Form eine rassistische Äußerung macht. Ja, stimmt. Und das meine ich halt, dass man da schon irgendwie ein bisschen differenzieren müsste. Das kenne ich auch aus der Casting-Gesellschaft so ein bisschen, dass man, also es gibt so ganz spannende Studien und so weiter, wo man guckt, wie divers sind Theaterbühnen und wie divers sind Filmproduktionen und so weiter. Ja, und da habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, die meinen, dass es total auffällig ist, wie häufig es halt so Quotenmenschen gibt in den Ensembles, wo es immer so ein bisschen so wirkt, als hätte man jetzt nur einen Schwarzen und einen Homosexuellen gecastet und einen Behinderten gecastet, damit sie einen halt drin haben. Auf der anderen Seite, also es stimmt, es gibt es bestimmt. Das ist halt das zweite, das zweischneidige Schwert von Repräsentieren und Inklusion oder wie auch immer. Wollte ich auch gerade sagen. Aber keine Ahnung, ich finde es halt, wie gesagt, in eine andere Richtung irgendwie rassistisch. Wenn auch nur ganz klar, also es ist natürlich immer noch besser, als irgendwie zu sagen, hey, du bist scheiße, weil du bist schwarz oder sowas. Ja, es bleibt halt Rassismus. Also es ist ja auch, man sagt ja auch, wenn es positiver ist oder guter ist, auch das ist ja eine Form von Rassismus und so weiter. Und das soll ja nicht existieren. Man will ja, dass Menschen für ihre Persönlichkeit beurteilt werden und nicht dafür, wie sie aussehen. Auf der anderen Seite ist es wichtig, dass man mit den Betroffenen spricht. Also ich weiß, du und ich, wir denken halt so in diesen Standards, dass alle Menschen gleich sind, egal welche Hautfarbe, wen sie lieben. Aber es ist ja aktuell halt noch nicht der Fall. Und deswegen ist es halt durchaus wichtig, dass man manchmal doch einen, weiß ich nicht, einen Quoten, hm, Homosexuellen, keine Ahnung, in so einer Talkshow drin hat. Aber nicht für die Quote, sondern einfach, um mit den Betroffenen zu reden oder um sie dabei zu haben. Ja, aber da geht es ja um was anderes. Da geht es ja um wirklich die Person, weil sie das ist, weißt du? Also der Homosexuelle wird in die Talkshow eingeladen, weil es darum geht, irgendwie ihn als Homosexuell irgendwie das zu thematisieren eventuell. So, weil wenn es irgendwie um Politik geht, ist halt die Sexualität völlig rille. Aber wenn es um Sexualität geht, wäre es schon gut, einen Homosexuellen auch als Meinung zu haben. Aber hier geht es ja darum, er ist ja ein Mensch wie jeder andere, nur hat halt dunkle Hautfarbe. So, er hat jetzt nicht unbedingt, wenn es um Fußball geht, in irgendeiner Form eine andere Perspektive, weil er schwarz ist. Rein um Fußball. Natürlich hat er bei anderen Sachen, die halt für Schwarze irgendwie, ne, was wir weißen privilegierten Männern nicht nachvollziehen können. Ja, also, ich, so dieses, in der schwarzen Hood, in der Bronx aufzuwachsen oder so, das kann ich von hier natürlich nicht nachvollziehen, sowas. Aber darum geht es ja beim Fußball nicht, da geht es ja darum, Fußball zu spielen. Und deswegen finde ich das da eigentlich, ne, so. Aber ich kenne den Kontext auch nicht so gut, muss ich jetzt dazu sagen, das ist in einem Vakuum, was ich hier gerade sage. Danke. So, aber ich finde, dass man das nämlich abstufen kann. Dieses bis zur Vergasung, da hat zum Beispiel Jochen gesagt, dass er das auch in seinem, in seiner Familie und so wurde, das auch ganz viel genutzt. Und er hatte diesen Bezug überhaupt nicht, er hat das nie hergestellt, dass das irgendwie mit Konzentrationslagern im Zusammenhang stehen könnte. Sondern irgendwie für ihn war das so Ausdünsten oder halt Schwitzen so, weißt du. Ja. So, und das, 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 und wie gesagt, als mir dann meine Englischlehrerin das gesagt hat, mir war das auch überhaupt nicht okay. Okay, was soll das jetzt, warum wird das gesagt oder, hä, so. Und ja, ist jetzt natürlich nicht geil, ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber so. Und dann kommt Boris Palmer und wir sind gleich durch mit dem Thema, es zieht sich vielleicht schon wieder ein bisschen. Aber das Ding ist, die Themen, die wir sonst haben, haben wir halt gestern schon mal ausführlich besprochen. Teilweise, ja. Und ja, dann kommt Boris Palmer und sagt, ich glaube, um den Dennis Aogo zu verteidigen, bin ich mir nicht ganz sicher. Der hat gesagt, Zitat, der Aogo ist ein ganz schlimmer Rassist, der hat deutschen Frauen seinen, und das war dann das trendende Wort auf Twitter, Negerschwanz. Also, Hashtag Negerschwanz, wenn du auf Twitter gehst und das schon siehst, Alter, dann denkst du, was ist hier los. Ich weiß aber, warum Twitter, das ist halt offensichtlich, warum Twitter so ein bisschen anders ist als andere Plattformen, weil auf Twitter geht's ja zu 95 bis 99 Prozent um Meinung und nicht um irgendwie Content, weißt du. Also, egal, das hat Boris Palmer gesagt und das finde ich von diesen drei Sachen halt das, was ich am ehesten schlimm finde, so, weißt du. Ja, es ist mal wieder so ein Pöbelding einfach von dem, ich meine, den kennen wir ja aus dem Brennpunkt auch schon, den wir öfter mal zur Sprache hatten, als diese Bahnwerbung gab mit den Leuten aus verschiedenen Nationen, Hautfarben, die die Bahn da plakatiert hatte. Und Palmer irgendwie meinte, er fühlt sich nicht repräsentiert und was für eine Gesellschaft soll das abbilden. Das heißt, er hat sich schon sehr oft an solchen Sachen gestört und, ja, also ist trotzdem noch ein Grüner, wo die Grünen eigentlich komplett gegen rassistische Dinge vorgehen, wird einfach da nicht rausgeworfen und darf da hantieren. Ja, das wird er ja jetzt eingeleitet, soweit ich weiß. Das stimmt, aber ob es erfolgreich sein wird, weiß ich nicht, weil der ist ja schon relativ erfolgreich und beliebt in Tübingen, wo er ja OB ist. Ja, wie gesagt, ich habe mich da reingelesen und war trotzdem, ich war ein bisschen überwältigt von den ganzen Sachen, aber auch hier, ohne das zu sagen, dass das jetzt so passiert ist, kann man aber differenzieren, meiner Meinung nach, wenn man mit so einer Aussage einen Rassisten verspottet, weißt du, wie ich es meine? Wenn man sagt, oh ja, guck mal, der böse Schwarze da, ja, wenn man das in diese Richtung formuliert, dann finde ich das halt auch weniger verwerflich. Ja, man kann es in einen gewissen Kontext setzen, das stimmt, aber was Boris Palmer da geschrieben hat, das geht irgendwie gar nicht, also ich kenne keinen Kontext, wo dieser Begriff irgendwie angemessen ist. Ja. Ja, vorher den Frosch im Hals heute, ich habe auch nicht geschlafen, ich habe ja durchgemacht die Nacht und ich bin total, ich bin auf der einen Seite sehr konzentriert, irgendwie auf gerade eben, aber meine Stimme kackt gerade voll ab. Kennst du das, wenn du wenig geschlafen hast und dann so nicht richtig sprechen kannst? Ja, 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 kenne ich. Das ist, wenn ich wenig geschlafen habe und dann nicht so richtig sprechen kann. Genau. Ja, ich lese parallel gerade. Also, es gibt hier so einen Metzelder, wenn wir gerade noch im Fußball sind, ja, heute mal, die übelste Fußballsendung. Shit. Der wurde jetzt irgendwie, das ist durch das Gerichtsverfahren gegen einen Metzelder. Was ist das? Der war auch ein Fußballer. Ach so, das ist ein Name. Ach so. Ja, ne, das war diese Woche ganz groß, dass, ähm... Ach, der, der, der... In Deutschland wurde so ein Pädoring irgendwie gesprengt. So eine, so eine Website von deutscher Seite aus und im Zuge dessen war auch dieses, äh, dieses Gerichtsverfahren wieder in aller Munde. Weil der 2019 irgendwie 27 Fotos und Videodateien von schwerem sexuellen Missbrauch von unter 10-jährigen Mädchen verschickt hat per WhatsApp. Ja, 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 ja. Dieses Big Brain, Alter. Ähm, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt. Thomas oder so. Metzelder halt. Ähm, und das ist jetzt durch und er hat nicht so die krasse Strafe. Irgendwas, äh, 10 Monate auf Bewährung, genau. Ja, das ist schon hart. Also, gerade wenn er das verbreitet hat, so diese, diese kinderbronografischen Inhalte, finde ich das irgendwie... Also, ich kenne mich jetzt nicht aus in dem Strafsystem, aber das kommt mir sehr, sehr wenig vor. Ja, also wohl in Deutschland... Also, wir haben ja eh eher den Versuch, dass wir Leute rehabilitieren, statt sie lebenslang irgendwie wegzuknechten. Aber, ja, also, das ist natürlich ein sehr, 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 ähm, pikantes Thema, sage ich mal. Aber was ist das für eine Strafe, wenn du auf Bewährung bist, weil du halt Kinderpornos konsumiert und, und weitergeschickt hast? Ich finde, das ist doch keine Strafe auf Bewährung, also... Ja, also, ich, ich hab, aber das ist halt, äh, auf Reddit gewesen, da wurde das halt in, in nicht-deutschen Foren bedingst. Und da geht's halt darum, also, da wurde diskutiert, dass man eher halt die Produzenten, äh, extrem verfolgen sollte oder muss, als die, äh, Konsumenten. Also, was ich nur bedingt nachvollziehen kann, aber, ne, also, klar, wenn an der Quelle, wenn sowas gar nicht erst passiert, dann gibt's halt theoretisch keine Konsumenten. Ähm, aber, ja, also, keine Ahnung, muss man halt auch irgendwie Abstriche machen, also, ich weiß nicht, ob der wirklich ein milderes Verfahren hat, weil er irgendwie berühmt ist oder halt viel Geld hat. Also, unter 10-jährige Mädchen, das ist schon, das ist schon harter Tobak, aber, auf der anderen Seite, er hat halt die Dateien nur weiter verschickt und nicht erstellt, also, ich kann diese Argumentation schon ein bisschen nachvollziehen, aber, ja, auf Bewährung. Ich finde, der sollte lieber lebenslang dafür kriegen, dass er so behindert, oh, fuck, geistig behindert ist, ich sag's jetzt einfach, ich sag's jetzt, heute eck mal richtig an, Tino. Ich, ich mach diesen Boris-Palmer-Shitstorm, ich mach die vierte Stufe. Ich glaube auch. Ach komm, wenn ich behindert sage, ich bin, ich bin sozialisiert durch Krüppel-to-go-Mann, ja, der zum Beispiel sagt, ey, ich will nicht irgendwie anders behandelt werden, weil ich behindert bin. Bitte macht Witze über mich, bitte fass mich nicht mit Samthandschuhen an. Und, ja, im Zuge dessen ist halt dieses Wort behindert inflationär genutzt worden in meiner, in meinem Freundeskreis. Und, wenn ich das einsetze, ja, auch wenn ich irgendwie retarded oder sowas sage mal, wenn mir das mal rausrutscht, dann meine ich ja, Leute, die eigentlich nicht irgendwie geistig eingeschränkt sind, aber sich dennoch dumm verhalten, also widerwillens. Das ist ja viel schlimmer als Leute, die das nicht anders können, sondern die halt einfach so sind und die cool sind, so wie zum Beispiel Peter. Ich verstehe, was du meinst. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man halt irgendwie so Leute auch dann schnell mal gleichsetzt mit Menschen, die halt behindert sind, wie halt zum Beispiel Krüppel-to-go. Also, wenn du halt irgendwie so einen komischen pädophilen Straftäter da als behindert zeichst. Genau, alle, die Kinderpornos besitzen, nee, aber andersrum, alle, die eine Spastik haben, besitzen Kinderpornos. Ah, okay. Das ist eine weniger gefährliche Aussage. Genau das wollte ich sagen. Genau, und ich wollte auch sagen, dass ich genauso finde, dass auch Menschen, die das verbreiten, dass auch die bestraft werden sollten, weil sie ja auch die Persönlichkeitsrechte der Kinder halt nicht wahrnehmen und halt verletzen und so weiter. Und wir erinnern uns ja auch an den Fall von Sebastian Nedati von der SPD, der ja auch wegen Kinderpornografie zumindest vor Gericht gezogen worden ist und ich dichte auch, dass bei ihm die Strafe recht gering ausgefallen war, wenn überhaupt, weil es keine wirklichen Pornos waren, sondern es waren halt einfach nackte Kinder in einem nicht sexuellen Kontext, was wohl, was ja an sich legal zu konsumieren ist, weil es ja auch einfach irgendwelche Urlaubs- oder FKK-Bilder sein können. Ja, ja. Und die Schüler waren halt irgendwie erst 17, 15, was du aber nicht gesehen hast und was er halt nicht wissen konnte. Und dann wirst du auch noch mal ein bisschen weniger gestraft. Wenn wir der Logik von Pornhub folgen, die ja vor ein paar Monaten, wir haben darüber berichtet, diesen Crackdown hatten und alle nicht verifizierten Leute runtergeschmissen hat, wenn man dieser Logik folgt, weil, Sie haben das ja gemacht, weil da ganz viele Minderjährige und unter anderem Vergewaltigungen zu sehen waren. Wenn man dieser Logik folgt, ist das, also da hat ja jeder Mensch irgendwie irgendwann wahrscheinlich rein zufällig mal sowas gesehen und theoretisch ist das auf jeder Website. Also ich meine jetzt, Leute, die vielleicht 17 sind, irgend so ein Amateur-Porno oder so, wo du es irgendwie nicht checkst, keine Ahnung. Ist natürlich nicht cool, aber dafür irgendwie jemanden, weil er sich das geguckt hat, zu verknacken, weiß ich nicht. Nee, der hat ja auch irgendwie gespeichert und dann doch auch irgendwo neu hochgeladen. Das war schon ein bisschen härter, das hat schon auch verbreitet. Aber man wusste halt trotzdem nicht, dass es irgendwie Minderjährige waren. So tief bin ich da nicht drin wie Matt Zelda in Zehnjährigen Mädchen. Ja, also, wie gesagt, ich habe den Gedanken vor allem gar nicht zu Ende gebracht, Alter. Ich wollte sagen, dass der eigentlich lebenslang dafür bekommen sollte, dass der das per fucking WhatsApp verschickt, der Idiot, Alter. Ja, das stimmt. Das ist halt so mentally challenged, sage ich jetzt ganz, ganz PC. Ja, ich habe auch gestern mit jemandem gesprochen, der meinte, er kannte jemanden in seinem Bekanntenkreis, der hat eine neue Nummer bekommen, weil er halt einen neuen Vertrag hatte. Und die Nummer war offenbar noch nicht lange vor dem Markt gewesen. Und er war dann automatisch in so einer pädophilen WhatsApp-Gruppe drin, wo Kinderpornos verbreitet worden sind. Huch! Ich war das nicht, da war ich schon drin. Ja, schön, haben wir jetzt den Moloch des Fußballs abgehakt und können zu anderen Themen kommen. Denn ein ähnlicher Moloch tat sich auch in Weimar auf und er betraf auch kleine Kinder. Fast so gut wie die Überleitung gestern. Die Waldorfschule. Ach genau, ich habe gerade überlegt, was meint er jetzt? Anis Weine? Die Waldorfschule ist hart in der Kritik. Oh fuck, wir haben uns ja gestern so gut drüber lustig gemacht. Das war so gut. Also, nochmal zusammengefasst für euch, liebe Leute. Die Waldorfschule in Weimar ist hart in der Kritik, weil angeblich, eigentlich bestätigt, seit 2005 wiederholt Kinder missbraucht wurden. Was jetzt aber nicht in eine sexuelle Richtung geht, das war jetzt nur for the sake of Überleitung, sondern eher in seelische und physische Gewalt. Unter anderem gab es halt kleine Schellen oder Pferdehufe, Pferdetritte von einem Lehrer. Von Menschen. Quasi eine Oma. Ja, von Menschen, der ist ja dumm. Irgendein Lehrer muss halt so sein Knie in den Oberschenkel von Schülern reingehauen haben und gesagt haben, hier, wenn du nicht spurst, gibt es einen Pferdetritt. Und dann die absolute Höhe. Die Peinigung. Die Peinigung schlechthin. Und das wurde in diesem Beitrag darüber, der jetzt das alles wieder ganz groß aufgekocht hat, ganz klar herausgestellt, die größte Pein für die Wenster war, wenn ein Kind zu langsam war, das Langsamste in der Klasse, dann hat ein Lehrer in seine Tasche gegriffen und zur Strafe aus dieser Tasche auf den Tisch des Kindes eine Holzschnecke gestellt. Dam, dam, dam. Und ich finde es auch einen Tag später noch sehr, sehr lustig, weil das ist so Essenz-Waldorfschule-Klischee für mich, dass man sagt, oh, jetzt, ich sitze zu Hause, ich schnitz mir jetzt mal richtig schön so eine Schnecke dem Kind, Alter, dem gebe ich es morgen. Der kleine Michel, Alter, der ist immer so langsam, der werde ich richtig eins reindrücken, der kriegt eine richtig schöne Holzschnecke auf den Tisch gestellt. Der hätte vielleicht diesen kinderpornografischen Fußballer so eine Holzschnecke auf den Tisch stellen sollen. Alter, auf jeden, der wäre seines Lebens nicht mehr froh geworden. Und Jens Lehmann und Boris Palmer, alle kriegen so Holzschnecken. Ich würde sagen, das ist nach dem viralen Hitler der Woche einfach unser neuer Award, den wir so vergeben. Also an Metzelder gebe ich diese Woche die Holzschnecke, weil er über WhatsApp Dinge geteilt hat, die vielleicht nicht hätten geteilt werden sollen. Ja, gehe ich mit. Dumm. Gehe ich mit, das ist sehr gut. Gut, schön. Ja, also das, wie gesagt, 2005 hat das angefangen, da kam jetzt, aber auch vor einigen Jahren schon jemand raus, der wird hier namentlich genannt, aber ich sehe den Grund nicht, das nochmal zu sagen. Und da gab es dann halt einen Elternbrief und den haben sehr viele Leute unterschrieben an die Lehrerschaft und irgendwie ganz komisch in diesen elitären Waldorfschulekreisen sind dann fast alle von diesen Unterschriften auf dem Elternbrief, da sind irgendwie die Kinder dann aus der Waldorfschule geflogen. Das ist so ein dummer Zufall. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Aber nicht wegen der Kritik. Nein. Nein, nein. Wer das denkt, gehört aus dem Wort. Ja, also die sind natürlich, ich will jetzt auch gar nicht die Waldorfschule, ne, an sich, ja. Es gibt auf jeden Fall an jeder Schule ein paar fragwürdige Lehrer. Aber dieses elitäre, hey, ihr bezahlt hier Beiträge. Und wenn euch, wenn unser, wenn euch, wenn uns euer Gesicht nicht mehr passt, dann auf Wiedersehen. Das ist schon alles sehr, sehr geil. Aber ich meine, die Waldorfschule hat auch so viele Vorteile. Zum Beispiel, statt eine geile Abschlussfahrt zu machen, kann man auch einfach im Wald Holz hacken. Das ist doch geil. Das ist viel besser, ja. Statt irgendwie nach London oder Prag zu fahren, so wie ich das in meiner Schulzeit gemacht habe, kann man auch einfach mal auf dem Bauernhof ein paar Schweine angucken. Wir waren nie im Ausland, ohne Spaß. Wir waren in, weiß ich nicht, in Berlin. Wir waren in Bad Berger und so. Also es war richtig, richtig traurig. Nee, Berger. Warst du auf der Waldorfschule? Nee, 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 nee. Ich war auf der Waldstadtschule. Okay. Wolltest du das jetzt nicht doxen oder warst du wirklich auf der Waldorfschule? Nee, ich war auf einer gewöhnlichen Realschule erst und dann war ich auf dem Gymnasium später. Aber ohne irgendwelche Waldinhalte. Hat sich hochgeschlafen. Ja. Mit Recht. Geil. Ja, also das, die Waldorfschule, den ganzen Spott, den wir gestern hier rausgelassen haben, den lassen wir an dieser Stelle. Ja, ist ja auch mal ein gutes Thema, ne? Es ist ja jetzt auch, ja, abgehakt. Es gab es Konsequenzen. Es ist nicht so ganz abgehakt, wie gesagt, das läuft halt schon eine Weile und der Elternbrief ist auch von 2019, aber dieser Bericht ist halt von dieser Woche. Ja. Und so richtig Konsequenzen gab es nicht. Es wurde halt gesagt, hier, das hat nichts, also dieser Rauswurf von einigen Schülern vom Elternbrief, das hat nichts damit zu tun. Und wir haben uns hinreichend mit den Anschuldigen auseinandergesetzt. Das ist wieder dieses Polizeiding, wir haben uns selbst untersucht und keine Fehler gefunden. Ja, und ich kenne auch hier Menschen in Weimar, die auf der Schule waren und mir das auch bestätigen konnten, dass es da echt solche Fälle gab. Und, ja, das ist halt irgendwie, also, es ist ja viele Jahre schon passiert, ja, und dass es irgendwie nicht groß rausgekommen ist, viele Jahre. Und dass es irgendwie Lehrer und Eltern geduldet haben, finde ich halt so krass, dass lange Zeit einfach nichts passiert ist. Ja, also, ich meine, das ist halt auch einschüchtern. Stell dir das mal vor, du bist so ein kleines Kind und dir steht eine Holzschnecke da und alle verspotten dich. Traumatisierend. Traumatisierend. Die hat eine Holzschnecke. Das wirst du ja keinem erzählen. Nee. Wenn du das deinen Eltern erzählst, die lachen dich ja aus, die stellen dir eine Holzschnecke an den Nachttisch, Alter. Da gibt es keinen Weihnachten. Shit. Ist so. Ja, für wen es auch kein fröhliches Weihnachten zumindest gibt, ist Bill Gates. Ja. Oder ein sehr viel besseres als je zuvor. Also, ich weiß jetzt nicht. Stimmt. Ich weiß nicht, wer sich von wem getrennt hat. Ich habe es auch nicht nochmal recherchieren wollen, weil mich das nicht interessiert. Aber Bill Gates und Melinda Gates haben die Scheidung eingereicht. Das mächtigste Pärchen der Welt, die zahllose Kinder versklavt und in Adrenochrom verwandelt haben, die euch alle chippen werden. Ich bin schon halb gechippt. Und die haben jetzt sich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Und alle fragen sich, warum. Und offenbar war das eine gemeinsame Entscheidung irgendwie. Aber ich weiß nicht. Ich glaube selten solchen Promi-Paaren, dass es einvernehmlich ist, wenn sie sich trennen. Das passiert ja so. Das ist wie beim Sex. Ich glaube auch bei Promi-Paaren nicht, dass der Sex einvernehmlich ist. Ja, nie. Ja. Wenn wir schon Bill Gates heiraten, heimlich. Also das Ding ist, ich habe das eigentlich auch nur als Thema drin, weil die Memes darum halt sehr strong waren. Es war ja auch der 5. Mai, was der Star Wars Tag ist. Und da gab es dann so Memes mit Happy Star Wars Day, may divorce be with you. Das ist dann schon ganz witzig. Aber ansonsten ist mir das scheißegal. Und ich habe gestern schon gesagt, dass wir am besten die Queen mit Bill Gates verkuppeln sollten. Das wäre das neue große It-Couple. Ja, definitiv. Würde ich feiern. Wo wir gerade bei Memes von Amerikanern sind, dann sprechen wir auch nochmal das wundervolle Bild an von Joe Biden, Jill Biden und den Carters. Jimmy Carter, seines Zeichens, ich glaube 96-jähriger Ex-Präsident. Die haben zusammen ein Fotoshooting gemacht. Und es ist fucking hilarious gewesen, denn die Bidens sind einfach dreimal so groß wie die Carters. Und auch hier habe ich gestern bereits gesagt, guckt euch dieses Bild gerne mal an unter der Vorstellung, dass Joe Biden ein Puppenspieler ist, ein Bauchredner, der seine Hand im Arsch von Frau Carter hat. Denn sie sieht einfach aus wie eine fucking Puppe, die irgendwie da halt, er hat halt einfach die Hand hinten drin und spielt sie wie eine Puppe. Das war echt ein ganz komisches Foto. Ich habe es ja auch gesehen und dachte erst, das wäre Photoshop oder so. Und dann, ich weiß nicht, die hätten die Carters in Miniatur nachgestellt. Und die haben jetzt im Weißen Haus vielleicht so eine Art Puppentheater oder so, wo sie die ganzen ehemaligen Präsidenten irgendwie ausstellen. Aber offenbar ist es ein echtes Foto. Und ich habe dann so Kommentare gelesen, dass offenbar die fotografierende Person, ich weiß ja nicht, wer das gewesen ist, vielleicht keine Ahnung hatte von Weitwinkelobjektiven und so weiter. Und deswegen die Carters halt so klein aussehen, aber lächerlich klein. Ich weiß nicht, wie man sowas hinkriegt. Ja, also es ist auf jeden Fall eine Kombination von wahrscheinlich amateurhaft, dann eine falsche Linse und die Perspektive. Ich glaube auch die Stühle, auf denen die Carters sitzen, sind so ein bisschen, weißt du, man sitzt da so tief drin, man versinkt da so ein bisschen. Und an den Füßen von Jimmy Carter sieht man halt, dass es die Perspektive ist, weil seine Füße sind halt das Größte im ganzen Bild. Aber der Rest ist halt so winzig. Ja, also echt witzig. Und fucking Joe Biden, Alter, als hätte der eine fucking Handpuppe. Es ist so gut, ich sehe es gerade nochmal. Kommt vielleicht noch, als er eines Tages dann antritt mit einer Handpuppe. Oder Trump und dann sagt, ich trete nicht an, hier habe ich eine Handpuppe. So, das ist jetzt Doktor Rassismus. Hurra, wählt mich. Nice. Das also da, das Witzigste an dieser ganzen Sache finde ich eigentlich, dass in dieser ganzen Kette von Leuten, die das überprüfen, keiner gesagt hat, vielleicht ist das nicht so eine gute Idee, wenn wir das hochladen irgendwie. Weil, hä? Die sehen ja dann lächerlich aus, die Carters, und das sind amerikanische Helden. Naja. Wer auch ein Held ist, aber kein amerikanischer, sondern ein belgischer Held, ist ein Mann, der es geschafft hat, ganz alleine Belgien zu vergrößern und Frankreich zu verkleinern. Hast du das mitbekommen? Hat er an der Grenze gebuddelt, oder was hat er gemacht? Ja, nah dran. Er ist Landwirt und Bauer und hat wohl einfach nur so einen Grenzstein kurzzeitig verlegt, Richtung Frankreich quasi, weil er irgendwie irgendwas hacken, weiß ich nicht, mähen wollte. Und er hat es offenbar vergessen, wieder zurückzustellen. Und es ist irgendwann irgendwelche Wandererinnen aufgefallen. Und jetzt kam die Meldung ganz groß raus, dass Belgien jetzt zwei Meter kleiner, äh, größer ist und Frankreich zwei Meter kleiner. Oh, oh. Das fand ich sehr, sehr witzig. Nur als kurze Randnotiz. Ja. So einfach kann es, so schnell kann es gehen, weißt du? Die Nazis hätten gar nicht in den Krieg ziehen müssen. Die hätten einfach nur ganz, ganz, ganz langsam, deswegen sprachen die ja vom tausendjährigen Reich, einfach tausend Jahre lang immer so Grenzsteine einen Meter vorzubewegen von der deutschen Grenze und langsam zu expandieren. Wäre keinem Schwein aufgefallen. Imagine starting a war over this. Ja. Ey, ihr habt unsere Grenze kleiner gemacht. Aufs Maul. Ja, du musst keinen verfolgen, du musst keinen überfallen. Einfach Grenzsteine verlegen, einen Meter pro Jahr und in, weiß ich nicht, 40.000 Jahren hast du dann die ganze Welt. Ja. Man muss langfristig denken. Hast du mal überlegt, irgendwie Diktator zu werden oder so? Ja, ja, ganz oft. Du hast da echt gute Visionen, muss ich sagen. Ganz oft, dankeschön, dankeschön. Nice. Ich stelle mich auch zur Wahl, zur Landtagswahl. Wer auch immer sehr gute Visionen hatte, war Donald Trump. Ja. Der hat nämlich jetzt seine eigene Alternative zu Twitter gestartet. Hast du das mitbekommen? Lass mich raten, Double Twitter. Nee, es ist halt richtig, richtig dumm. Also, Donald Trump hat ja wirklich monatelang angekündigt, ey, wenn Twitter mich sperrt, ich mach mein eigenes Twitter. Fuck off, Normies. Ich, ich regel das. Letztendlich hat er auf seiner Website einfach, also DonaldTrumpirgendwas.com slash desk und da ist dann halt ein Feed von quasi Tweets. Also, er hat quasi einen Blog gemacht. Er hat einen Blog gemacht. Wow. Man kann damit nicht interagieren. Man kann da einfach nur seine täglichen Shitposts lesen. Donald, das nächste Mal. Das ist seine Alternative. Donald, das nächste Mal fragst du einfach mich, dann schiebe ich dir einen Link zu Tumblr. Zum Beispiel. Geld, Geld gespart. Es ist halt so dumm, Alter. Meine Alternative zu Twitter ist ein fucking Blog. Das ist das 21. Jahrhundert. Here we go. Lass mich raten, wenn du auf die Seite gehst und einen Tweet von ihm oder einen Desk-Beitrag negativ bewertest, kommt dann eine Meldung. Ich weiß, wo du wohnst, du Hurensohn. Nee, nicht ganz so, Attila. Das Ding ist, man kann damit gar nicht interagieren. Also, es gibt da so Herzsymbole, aber man kann damit gar nichts machen. Also, die bringen nichts. Es sieht halt nur optisch ein bisschen nach dritter aus, aber that's it. Das ist ein fucking Blog. Ich glaube nicht, dass da jemand viel Zeit verbringt jeden Tag. Nee, ja, ich gönne es ihm, soll er sich sein eigenes Ding aufmachen. Auch Facebook will ihn nicht mehr reaktivieren, habe ich gelesen. Und man kann es schwierig finden, aber ich bin ein bisschen der Meinung, wer nachweislich wirklich nur Scheiße labert und gefährliches Unwissen und Falschmeldungen postet, der sollte tatsächlich, weiß ich nicht, der kann so ein Unternehmen wie Facebook entscheiden, nee, den brauchen wir hier nicht, der macht nur Unfug und es bringt keinem was. Also, ich kann es so ein bisschen nachvollziehen. Es ist ja auch kein öffentlicher Ort, es ist ja einfach nur ein Privatunternehmen und die dürfen halt entscheiden, wen sie nehmen, wen sie nicht nehmen. Die haben ja das Hausrecht, soweit ich weiß. Ja, klar. Deswegen ist es ja auch okay, also du stößt nicht gegen die Meinungsfreiheit, wenn irgendwie du auf deinem Twitch-Channel Leute blockst. Genau. Es ist halt einfach nicht so cool. Nee, cool ist es nicht, aber ich weiß nicht. Ich kann es nachvollziehen. Ich fände es aber wiederum schwierig, wenn es andersrum wäre, wenn sie jetzt zum Beispiel, wer ist denn das Gegenteil von Trump so ein bisschen? Wenn Bernie Sanders so zum Beispiel, ja, wenn die jetzt Bernie zum Beispiel blocken würden von Twitter, weil sie finden, dass er zu linksradikal wäre, was Quatsch ist, aber dass er halt wäre, dann wäre ich auch sauer. Ja, ich kann das, also in der aktuellen Lage verstehe ich das überhaupt, also verstehe ich das, die haben das Hausrecht und so, aber ich fände es, glaube ich, tatsächlich ein bisschen besser, wenn, ja, wenn sowas wie Twitter sollte eigentlich als Public Square sozusagen behandelt werden oder Public Utility, wie man es auch irgendwie formulieren will und dass man, also ich weiß nicht, das ist halt schwierig, das hatten wir ja auch schon mal so, wenn man da einen Crackdown macht oder The Donald auf Reddit wurde ja auch gesperrt, aber es wurde genauso halt auch Linkes gesperrt oder Antifa-Accounts auf Twitter. So, und da sagst du dann halt wahrscheinlich wieder nicht, ist geil. Und deswegen finde ich, dass das schon, auch so toxisch ich Trump finde auf Twitter, schon solange es nicht, bei ihm war es ja so, mehr oder weniger, solange es nicht in irgendwie Aufruf zur Gewalt oder Gewaltandrohung, ja, in diese Richtung geht, wenn es wirklich einfach nur Meinungen sind, die da geäußert werden, finde ich echt nicht, dass man das sperren sollte, weil das ist ein fucking slippery slope, was nicht aufhört. Ja, man kann Dummheit halt nicht verbieten letztendlich und man muss in der Demokratie auch aushalten, wenn jemand dummes Zeug labert. Es hat halt... Oder sich in einem Podcast seinen Nasenspray reinballern. Es hat halt so eine Grenze, wo es gefährlich wird, wenn Menschenleben in Gefahr sind und wenn gehetzt wird gegen Kupen, genau. Also sehe ich ganz genau so. Da können wir uns, wie es Herodes immer so schön sagt, jetzt hier im Kreis wichsen. Geil. Wo auch hart im Kreis gewichst wurde, ist bei Caitlyn Jenner, weil die ist so geil. Caitlyn Jenner will nämlich jetzt, also Caitlyn Jenner ehemals, weiß ich nicht, wie die Person überhaupt vorher hieß, so ein Kardashian-Vater, glaube ich, ursprünglich. Ja, ach, ach, ich verstehe. Hatte dann Geschlechtsumwandlung, war irgendwie früher so ein Sportler oder so, ne? Keine Ahnung, olympisch, irgend sowas. Hatte dann eine Geschlechtsumwandlung, hat dann eine Person mit dem Auto getötet, wurde dann reichlich von South Park verspottet, ist aber komplett straffrei davongekommen. Und diese Person möchte jetzt Governor werden von Kalifornien, genau wie der Governator Arnold Schwarzenegger, möchte sie das jetzt auch. Und in der ersten Kampagne hat sie gesagt, ach, diese elitären Leute finde ich echt nicht gut. Diese ganzen elitären Leute hat selber halt ein Vermögen von irgendwie 100 Millionen. Diese ganzen elitären Leute, ganz, ganz schrecklich. Und dann, direkt zwei Tage später, war sie in so einer Show zu Gast und hat dann gesagt, ja, weißt du, ein Freund von mir, ich hab einen Freund von mir besucht, bei seinem Hangar, also bei einem fucking Privathangar, wo die Privatjets drin gelagert werden. Und der hat gesagt, der geht jetzt, der fliegt jetzt weg, der geht jetzt nach Arizona, der verlässt Kalifornien, weil er das nicht mehr erträgt, die ganzen Obdachlosen sehen zu müssen. Oh, der Arme, oh. Also, in der ersten fucking Wahlkampagne sagt sie, diese ganzen elitären Leute in Kalifornien, ganz schlimm. Und dann zwei Tage später heißt es ja, mein guter Freund mit seinem Privat-fucking-Hangar, der verlässt Kalifornien, weil er euch Armut nicht mehr ertragen kann, ihr widerlichen, armen Plebs. Das ist so scheiße, Alter. Wir müssen dem dringend einen Spenden voreröffnen, dass er nie wieder solche Menschen sehen muss. Eieiei. Das ist wirklich richtig. Also macht Jenner jetzt einen auf Trump, ja, von wegen irgendwie böse Elite selber dazugehören und so und allen Leuten nach dem Mund reden. War ja früher ein krasser Trump-Anhänger, bis Trump sich dann gegen Trans-Menschen ausgesprochen hat. Oh, es betrifft mich. Der Hass hat mich mal getroffen. Jetzt finde ich ihn aber immer doof. Aber ich sehe zumindest das Potenzial, dass sie auch halt so dieses rein Mimen-Potenzial hat. Aber ich weiß nicht, ist halt nicht Präsident. Beim Präsidenten juckt es halt mehr Leute. Da ist dann eher Fortschand dahinter und supportet einen Trump mit Shit-Posting-Kampagnen. Ich glaube, Governor von Kalifornien, das ist im Prinzip allen egal. Ja, na ja. Deswegen sehe ich da keine Chancen. Naja, es ist schon ein wichtiges Amt. Und ich glaube nicht, dass sie große Chancen hat. Also ich sehe die USA noch als sehr, sehr rückschrittlich an. Und schon aufgrund, dass sie eine Transfrau ist, wird sie von den Leuten nicht gewählt werden. Also bei den Amerikanern ist es ja noch ein ganz wichtiges Ding, dass repräsentierende Menschen irgendwie heterosexuell verheiratet sind und einen Hund und ein Haus haben. Deswegen glaube ich nicht, dass das da funktioniert. Leider. Also aufgrund dessen sollte sie halt nicht gewählt werden, sondern aufgrund, weil sie einfach doof ist. Aber nicht, weil sie halt eine Transfrau ist. Aber so wird es halt sein. Ja. Schön. Wer auch doof ist, wir müssen, wer auch doof ist, aber sich gerne zur Wahl stellt, ist Alice Weidel. Und die war zu Gast bei Markus Lanz. Das war ein Auftritt. Schwanzko, Markus Lanzko. Genau. Das war ein Auftritt, der sehr viral ging. Zumindest in meiner Filter Bubble wurden einige Aussagen von ihr ziemlich viel verbreitet. und sie hat echt, also ein Bullshit nach dem anderen gelabert. Und es gibt auch so schöne Zusammenschnitte auf YouTube und so weiter, wo sie Aussagen von ihr aufgreifen und halt dann die gegenteiligen Beweise dranhängen. Von wegen, eine wichtige Aussage war, dass die AfD mit den Querdenkern nichts zu tun hat. Sie ist kein politischer Arm und sie gehen nur dahin, um sich die Menschen anzugucken, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dann gibt es halt so einen Schnitt irgendwie darauf, wie ein AfD-Politiker im Bundestag ein querdeckend-T-Shirt trägt, wie ein anderer AfDler dazu aufruft, da hinzugehen zu den Demos. Ein anderer hält eine Rede auf den Demos. Und es ist halt überhaupt nicht nur hingucken und mit den Leuten reden, weil ich noch keinen AfDler auf irgendeinem CSD gesehen habe oder irgendeine erste Maikundgebung von der SPD oder von den Gewerkschaften gesehen habe. Da sind die auch nie da. Also ich finde dieses Argument sehr, sehr scheinheilig. Ja, das wurde ja auch als relativ guter Burn von dieser AfD-Expertin in der Markus-Schlansko-Sendung eingeworfen, dass sie ja nie auf einer linken Demo sind oder so, auf einer Kundgebung, um sich da ein Meinungsbild zu machen von den Leuten, was sie so betrifft. Und da sagt sie ja als Extrembeispiel, ja, aber weil die Linken immer gewalttätig sind, da wird dann halt auch wieder, das ist alles Wortepautism, da wird dann halt ein Video von gewalttätigen Querdenkern gezeigt, aber das fand ich ehrlich gesagt nicht so gut. Aber nicht jede linke Demo ist ein 1. Mai und zum Beispiel Hambacher Forst oder sowas, wenn die ganzen Hippies sich da in Bäume ketten, das ist glaube ich kein schwarzer Block. Und da sind auch keine Alice Weidel zugegen, um mal irgendwie Tiefenrecherche zu betreiben. Ist schon irgendwie ein bisschen dumm. Ja, oder Fridays for Future zum Beispiel, da kann man sich auch mal blicken lassen. Ich weiß nicht, also warum steht denn die AfD nicht einfach zu solchen Sachen? Ich meine, die haben sich auch jahrelang gegen Pegida verweigert, dass sie bei Pegida nicht mitlaufen würden, die nicht supporten. Und nach ein paar Jahren ist er auch Höcke aufgetreten und meinte, wir sind Brüder im Geiste, so nach dem Motto. Die sollen einfach dazu stehen, dass sie solche Arschloch-Vereine unterstützen. Wir sehen es doch jeden Tag. Also was diese Verleumdungen sollen, verstehe ich halt nicht. Weißt du, Tino, weißt du, warum die AfD so uncool ist? Nee, fällt mir gar kein Grund ein. Weil die noch nicht so cool auf TikTok vertreten ist. Schade eigentlich. Ich würde gerne Bernd Hücke sein Arschwackeln sehen, bei Songs wie It's okay to be gay. Würde ich gerne sehen. Ja, denn die AfD macht richtig aggressiven Wahlkampf unter den, weiß ich nicht, unter der Zielgruppe von Matt Zelda wahrscheinlich, die unter 10-Jährigen, die sich auf TikTok rumtummeln. Dr. Wolfgang Heubisch von der FDP ist einfach am Zahn der Zeit. Und das ist mein Thema der Woche, was ich dir gestern angeteast habe. Das ist eine astreine Cringe-Compilation. Er ist selbstironisch, muss man sagen, ja. Aber es ist halt trotzdem, du weißt halt, dass er diesen Account nicht selbst verwaltet, sondern so ein Team hat, was dann sagt, ey, kannst du jetzt mal so und so kurz in die Kamera gucken? Wir schneiden dir das zurecht. Aber das ist so eine fucking Goldgrube. Ich glaube, am nächsten Mittwochenende werde ich da mal intensiv reinstöbern. Ich habe jetzt nur mal überflogen. Und es ist so fucking gut. Getting ready for Plenum, like. Und dann siehst du ihn, wer sich anzieht und die Haare. Das ist alles so schlecht. Es ist halt wirklich eins zu eins, was die jungen Leute machen. Weil halt sein Team wahrscheinlich jung ist. Aber halt dieser Mann, der davon überhaupt keine Ahnung hat. Der quasi wie so eine, wie Joe Biden im Arsch von der Carter, Alter. Der einfach als Puppe da irgendwie inszeniert wird, aber überhaupt keinen Plan hat von dem, was er da tut. Es ist so geil. Aber schon witzig gemacht. Also jetzt nicht so wie CSU, die diesen YouTube-Kanal hatten, sondern es ist schon irgendwie ironisch gemeint, oder? Ja, es ist ein bisschen ironisch gemeint, aber es geht schon in eine ähnliche Richtung auf jeden Fall. Es ist ja zum Beispiel, hier ist ein Video, da steht halt drauf, mal wieder DAFD belehrt. Schisch, Schisch. Das ist halt schon echt. Das ist halt schon echt. Oder hier Wolfgang alias Rocky Heubisch. Da siehst du dann halt, wie er sich dehnt zu dieser Rocky-Musik. Also es ist halt schon so ein bisschen selbstironisch, ja. Aber war ja CSU auch so ein bisschen. Ja, ein bisschen. Sie haben es versucht. Es ist schon. Ja, Try Hard. Merkel prankt uns. Das ist alles ganz, ganz komisch. Jo, ich nehme die Wahl an. Ammonakoi. Dab, 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 dab. Ja, also ich werde am Mittwoch da mal ausführlich reinschauen. Ich will mich jetzt noch gar nicht spoilern, aber das, was ich gesehen habe, ist sehr witzig. Aber, muss man dazu sagen, die AfD zum Beispiel hat es halt kritisiert und hat gesagt, der ist ein Lauch. Und der hat sich halt wiederum selbstironisch darüber lustig gemacht. Es ist schon okay. Er ist ein Lauch. Ja, der ist, also weil er TikTok macht, ist er ein Lauch. Und dann macht er halt ein Video, wo er halt einfach einen Lauch auf den Stuhl setzt. Ach so. Witzig, witzig. Ja. Es ist, es ist alles so, oh, es ist ganz komisch. Es ist halt, wie gesagt, wenn er das wirklich alleine machen würde, dann fände ich das eigentlich ganz cool. Aber du weißt halt definitiv, dass da halt so ein, vielleicht ist es nicht mal ein Team, vielleicht ist es ein so ein 25-Jähriger oder so, der dann halt irgendwie auf TikTok rumguckt nach den neuesten Trends und sagt, hier, machen Sie mal dies, machen Sie das mal, Herr Doktor. Ja, die haben ja auch Gelder dafür. Gerade so Menschen in der Politik, die im Bundestag sitzen oder in irgendwelchen Parlamenten, die kriegen ja auch Zuschüsse und Gelder für Büroangestellte. Und da kann man, ähnlich wie Nico Semsrott, sich auch so MediengestalterInnen irgendwie einstellen. Und dann können die einen filmen und schneiden und hochladen. Das wird er genauso machen. Und ich finde das ganz witzig. Also ich glaube, dass die FDP, ich würde die FDP mit meinem Leben niemals wählen. Ich gehe mit ihren Programmen echt überhaupt nicht d'accord. Aber die schaffen es doch manchmal relativ, progressive Dinge voranzutreiben und wagen sich auch mal solche Gefilde. Und ich finde das irgendwie schon ganz witzig, dass sie es sympathisch versuchen, da irgendwie Anschluss zu finden. Ich denke, dass wenn es die CDU oder die SPD versucht, dann geht es eher nach hinten los. Als wenn es manchmal solche naiven FDP-Liberalen versuchen. Ich finde die FDP echt niedlich manchmal. Ja, die FDP ist ja gar nicht so unbeliebt bei den Jungen, soweit ich weiß. Und ich glaube, das ist halt, weil die am ehesten aggressiv für Digitalisierung und so sind. Das stimmt. Ja, das ist ein Punkt, den ich ganz gut finde. Aber der Rest des Programms hat es halt vergessen. Und mir reicht halt der Punkt nicht aus, um die FDP zu wählen. Mir ist meine Meinung. Oh Gott, Tino, der Markt regelt das. Der regelt alles sowieso. Ja. Okay, wer regelt noch alles? Oh Gott, oh Gott. Der, ach, fuck, das habe ich vergessen. Den wollte ich zumindest erwähnen, weil wir über Lanz gesprochen hatten. Da war ja auch dieser Pfleger, der Herr Lange. Ja. Ist es ein Pfleger? Ist es ein Arzt? Auf jeden Fall so Freelance-mäßig unterwegs. Der war jetzt auch bei mehreren Pressekonferenzen und so. Geiler Typ. Guter Storyteller. Der erzählt dann wirklich so live aus dem Schützengraben bei Lanz ein paar Geschichten. Und man klebt an seinen Lippen. Das ist so ein sexy Boy mit seiner Glatze. Nee, ist ein guter Mann. Kann man sich auf jeden Fall manchen. Ein Ehrenmann. Lange. Wer kein Ehrenmann ist, und das hatten wir auch schon das Thema gestern, das sind ja diese alles dicht machen Leute, ja. Und so SchauspielerInnen, die gerade sich so ein bisschen bekennen zu irgendwelchen komischen Aktionen und Querdenkern. Was jetzt nicht die gemacht haben, bei alles dicht machen, die tollen jetzt nicht alles irgendwelche Querdenker. Manche wurden so ein bisschen gelinkt und so und haben das nicht ganz gerafft, was sie da tun. Aber es gibt jetzt einen ganz berühmten Schauspieler, dessen Namen ich aber jetzt auch gerade nicht weiß und auch nicht sagen will. Ah, ja. Auch nicht sagen will. Aber der Babylon Berlin Hauptdarsteller. Babylon Berlin ist ja eine richtig erfolgreiche Serie gewesen oder ist aktuell immer noch eine sehr erfolgreiche Serie, die ja auch, weiß ich nicht, ich auch spannend fand und auch Folgen gesehen habe und ich auch immer noch zu Ende schauen wollte. Und der Hauptdarsteller von Babylon Berlin hat sich jetzt auch nicht bekannt, aber es gab jetzt Meldungen darüber, dass er einen Antrag gestellt hat, bei Die Basis mitzumachen. Und Die Basis ist halt die Partei von den Querdenkern. Und deswegen gibt es gerade einen riesigen Shitstorm gegen ihn und so. Und er muss wohl auch am Set von Babylon Berlin immer so einen Attest dabei gehabt haben, dass er keine Maske tragen muss und so. Also ein ganz, ganz schwieriger Typ. Leider auch ein guter Schauspieler und hat die Serie auch ziemlich getragen, muss ich sagen. Aber sowas macht einen das auch ein bisschen kaputt. Ähnlich wie es bei Kevin Spacey war oder bei Michael Jackson ist. Selbst Menschen, die halt irgendwie im wahren Leben widerwärtige Dinge tun und mit denen man nicht d'accord geht. Und da muss man für sich selbst entscheiden, ist die Kunst größer als der Künstler, ja oder nein? Und ich finde, das ist immer sehr, sehr schwierig zu beantworten. Ja, haben wir gestern ausführlich drüber geredet. Genau, Punkt. Muss ich jetzt eigentlich nicht nochmal, weil meine Aussage war, wenn er jetzt wirklich einfach nur sagt, ja, ich bin Querdenker, ist das für mich kein Grund, den da zu verurteilen, war meine Aussage. Du siehst es ein bisschen anders. Wenn er natürlich wie Attila irgendwie sich eine Gruppe zurecht macht und dann irgendwie Scheiße verbreitet, ist das was anderes. Ja, man muss schon gucken, was das für Konsequenzen hat. Also so jemand wie er, der halt keine Maske tragen will, das ist ja irgendwie auch ein Anzeichen dafür, dass er die Krankheit oder diesen Virus nicht ernst nimmt und es in Kauf nimmt, Menschen anzustecken und den Virus zu verbreiten. Und da ist es für mich vorbei, weil es für mich halt irgendwie signalisiert, dass er einfach ein unsolidarischer Typ ist. Und das finde ich einfach uncool. Er kann von mir aus eine Meinung haben, die er haben will, aber wir haben nun mal gewisse Maßnahmen und wollen irgendwie durch diese Krise kommen. Und wenn er halt konsequent die Maske verweigert und sich irgendwelche Teste ausschreiben lässt, aber unberechtigterweise vermutlich, dann ist es einfach uncool. Und das will ich nicht supporten und ihn nicht supporten. Ja. Das, was auch unsozial ist. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, Tino. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir in der letzten Aufnahme, die keine Aufnahme war, sondern nur ein Gespräch, da haben wir übelst viel über Kolumbien geredet, ganz am Anfang. Und diesmal haben wir es gar nicht erwähnt. Ah, stimmt, ja. Denn in Kolumbien gibt es gerade auch wieder kriegsähnliche Bilder. Nein, nicht ganz so krass, aber sehr heftig. In Kolumbien sollte es, obwohl die Leute eh schon im Dreck liegen und die Armut sehr viel höher ist durch Covid jetzt im letzten Jahr, gab es eine Steuerreform. Deswegen sind die Leute auf die Straße gegangen, weil sie hätten dann irgendwie noch mehr Geld bezahlen müssen, wären noch ärmer gewesen. Und da ist dann natürlich direkt das Militär eingeschritten, weil das geht ja gar nicht. Lupenreiner Demokrat auch in Kolumbien an der Macht. Und da sind mittlerweile über 20 Leute gestorben, erschossen worden. Und teilweise halt auch, das habe ich erwähnt, fährt die Polizei einfach an der Person vorbei, die auf dem Fußweg läuft, fährt vorbei, schießt rein und fährt weiter. Und das ist halt ein Schritt zu weit, wenn du mich fragst, Tino, meine ganz subjektive Meinung. Das verurteile ich scharf und das pangere ich an. Ja. Vielleicht reden wir nächste Woche noch mal über Kolumbien. Das ist echt schade, aber es ist halt irgendwie ein bisschen weird, wenn wir das alles schon mal besprochen haben. Das ist dann irgendwie nochmal so ausführlich. Also in Kolumbien sieht es jetzt gerade so ein bisschen aus wie in Hongkong. Das hat auch zwei Jahre keinen gejuckt. Mal gucken, wie es da ist. Kolumbien ist eigentlich noch weiter weg von der westlichen Welt. Aber Shakira kommt von da. Also vielleicht macht die mal, vielleicht malt sie sich mal an oder so. Oder sagt hier, Titten raus für Kolumbien. Aber die kann auch einen coolen Song schreiben zu dem Thema. Ist das jetzt wieder Sexistus? Das war eigentlich nur eine Anlehnung an Dicks Out for Harambe. Ah. Aber das kann man bestimmt wieder achten. Das Dicks Out for Harambe? Das gab's. Das gab's natürlich. Weil der gestorben, der wurde auch getötet, der arme Harambe. Und dann Dicks Out. Dicks Out, ja. Okay. Hast du deinen Schwanz nicht für Harambe rausgeholt, du Unwennst. Für den nicht, nee. Alter. Mit dir nehme ich nichts mehr auf. Ah, shit. Ja, das ist auf jeden Fall dazu. Und was hatten wir noch? Nee, das hatten wir gar nicht erwähnt, oder? Dass Putin ein neues Gesetz erlässt, das es verbietet, die UDSSR mit Nazi-Deutschland und Stalin mit Hitler zu vergleichen. Das gefällt dir nicht. Das ist auf jeden Fall, ja, keine Geste, die jetzt irgendwie in irgendeiner Form auffällig wäre. Ja. Also wer so ein Gesetz erlässt, der hat auf jeden Fall Recht und das ist dann für mich auch abgehakt. So, wenn ein Mensch entscheidet, dass man etwas nicht mehr sagen darf, dann ist es auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja. Der beschützt uns ja nur vor blöden Gedanken. Ja, genau. Also, ja, gut. Finde ich sehr, sehr gut. Die UDSSR war kein Nazi-Regime und kein Faschismus, sondern eine lupenreine Demokratie. Das will er aussagen damit. In der lupenreinen Demokratie Europa gibt es jetzt Mehlwürmer zu essen. Ja. Ich wollte es hier zumindest reinbringen, denn auch das hatte ich das letzte Mal schon erwähnt. Unser Außenreporter, ja, unser Korrespondent, unser Wachsel, Briss Aaron, ja, der versorgt ja hier hin und wieder mal mit News von allen Seiten und jetzt unter anderem auch Mehlwürmer in der EU als Lebensmittel zugelassen. Hätte ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre längst so. Dachte ich auch irgendwie. Ist ja irgendwie deine Sache, was du isst. Warum sollte es nicht so sein? Und irgendwie gilt das auch erstmal nur für ein Unternehmen, also so ein französisches, und du darfst nur bis zu 10% anteilig Mehlwürmer haben, aber die sollen halt eigentlich super nahrhaft sein. Ja, und ich frage mich auch, ja, du und ich, wir als fleischverachtende, menschenhassende Verachter, würdest du Mehlwürmer essen? Wenn die geschreddert sind und so, habe ich da, glaube ich, nicht so das Problem. Also ich würde die nicht so, als Wurm, glaube ich, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, aber wenn die irgendwie durch den Fleischwolf geleiert sind und dann zu einem Riegel verarbeitet oder so, stört mich das, glaube ich, nicht. Aber ich sage mal, ich habe keinen Bedarf. Also es würde mich nicht anekeln, ich habe aktuell keinen Bedarf. Aber wenn zum Beispiel in Folge von, ey, wir checken gerade, dass wir irgendwie mit Fleisch den Planeten ruinieren durch die ganzen Treibhausgase, die noch schlimmer sind als CO2 und so, lass es mal komplett ersetzen durch Insekten, weil davon gibt es übelst viel. Und in Folge dessen würde ich das auf jeden Fall in Kauf nehmen. Wenn es jetzt heißt, die Ernährung muss krass umgestellt werden, für eine gute Zukunft und alle ziehen an einem Strang, da hätte ich damit jetzt überhaupt kein Problem. Ja, wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Ich würde es probieren wollen zumindest. Auch so in Mehlwurmform. Das ist ja die Sache. Also die Zukunft wird nicht glimpflich verlaufen, wenn die Menschheit es nicht schafft, zu verzichten. Ja. Da bin ich sehr von überzeugt. Ich auch. Also in welcher Form auch immer. Und wenn halt irgendwie 30 Produktarten, ja nicht Produkte, sondern so Essensrichtungen wegfallen und dafür quasi durch Insekten ersetzt werden. Ich weiß nicht. Ich habe damit persönlich kein Problem. Aber ja, ich sehe das global nicht passieren. Und deswegen mal gucken. Oder wenn passieren, dann viel zu spät. Und wir können nicht verzichten was ja jetzt eigentlich schon ist. Und wir können nicht verzichten auf eine Wochenreview. Was geben wir der Woche? Ja, also für mich ist noch ein Punkt dazugekommen durch diesen Dreier-Shitstorm. Aber ich wüsste nicht, was ich sonst für einen Punkt geben sollte, muss ich sagen. Aber dieser eine Shitstorm ist auf jeden Fall ein Punkt mehr für mich. Kolumbien ist halt große Sache. Hat, naja, vielleicht letzte Woche schon leicht angefangen. Die Scheidung von Bill Gates finde ich ist schon irgendwie eine Meldung wert. Es ist eine Meldung wert. Ja, aber ist es ein Punkt wert? Weiß ich nicht. Dieser FDP-Mann ist halt witzig. Caitlyn Jenner, das sind alles so kleine witzige Sachen. Ja, Puppel-Themen. Die Holzschnecke ist halt richtig witzig. Aber dieser ganze Scheiß, der geht halt schon ein paar Jahre. Deswegen kann ich das eigentlich nicht in die Woche reinnehmen. Das Foto ist witzig aus Internet. Brennpunkt Internet. Das ist ja die Essenz dieses Foto. Also von Biden und so. Der Trump-Blog. Ja, aber so ein richtiger Banger war nicht dabei. War es eine 4 vielleicht sogar nur? Ich wäre so 4,5. Ja. 4,5. Ja, ja, gehe ich mit. Also ich finde es auch ganz cool, dass jetzt die ersten Lockerungen passieren für geimpfte Leute und so weiter. Das ist vielleicht was, was wert, was die Woche spannender macht, dass ab heute sozusagen zählen Geimpfte und Genesene und so weiter nicht mehr als, ja, man sieht ja nicht mehr, wenn man Menschen zählt, wie viele Haushalte sich treffen dürfen. Dann dürfen Geimpfte jetzt nicht mehr, oder müssen nicht mehr mitgezählt werden. Yes. Das finde ich ganz gut. Also nochmal an das Framing. Die haben einfach ihre Rechte wieder. Die haben nicht mehr Rechte als sie. Genau, so sehe ich es auch. Und ich bekomme hoffentlich auch im Moment, heute ist der 9. Mai. Ich bekomme auch in einem Monat, glaube ich, in fünf Wochen meine zweite Impfung, Biontech. Und dann darf ich auch endlich wieder in die Öffentlichkeit, auch bei Nacht. Und ich plane, einen Livestream zu machen. Wenn ich vollständig geimpft bin und dann raus darf, gehe ich Punkt 22 Uhr vor die Haustür, mache einen Instagram-Livestream und zeige so Stinkefinger in die Häuser, so in die Fenster. Haha, ich darf. Du bist so richtiger Rebell, Timo. Dankeschön. Gut. Wir sind auch Rebellen hier mit dem Brennpunkt Internet, denn wir haben die Stunde schon wieder überzogen. Was ist denn nur los mit uns? Holy shit. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, das ist irgendwie nicht ganz so dumm. Das war der Bonus, weil wir jetzt zu spät waren. Deswegen gibt es jetzt drei Minuten obendrauf. Ja, ja, ja. Ja, also die Musik ist so laut und nächsten Sonntag, 12 Uhr, wird bestimmt ein adäquater Brennpunkt kommen, ohne Komplikationen. Ich denke auch. Geil. Dann auf Wiedersehen, Leute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao, ciao.